Freude und Leid bei Bauer sucht Frau. Während es bereits die ersten bitteren Abfuhren gibt in den Hofwochen, deutet bei einigen Paaren einiges auf ein Happy End hin. Milchbauer André und seine Julia sind sogar noch einen Schritt weiter. Bauer sucht Frau. André und Julia planen schon die eigene Wohnung. Milchbauer André, 33, hat sich Nordlicht Julia, 29, zu sich auf den Hof an den Niederrhein eingeladen. Von Anfang an scheint es zu passen bei den beiden, doch der Maschinenführer im Haupterwerb scheint schon einen Schritt weiter zu sein. Das Thema Kinder spielt bei ihm offenbar eine Hauptrolle. Und so präsentiert er der technischen Projektmanagerin aus Schleswig-Holstein als allererstes auf. Seinem Hof einen Korb voll Welpenbabys. Doch auch in Folge 4, am 28.11. bei RTL, stößt der 33-Jährige eher weniger subtil das Thema Kinderplanung an, nämlich bei der Besichtigung des Dachbodens. Den riesigen Bereich von 100 plus 60 Quadratmetern will André für sich und seine künftige ausbauen, samt 100 Quadratmeter großer Dachterrasse. Genaue Ausbaupläne hat der 33-Jährige auch schon und fällt damit bei Julia mit der Tür ins Haus. Hier fange ich bald an umzubauen. Vielleicht für uns zwei? Frohlockt er, während die 29-Jährige nur ein Wahnsinn, okay, herausbekommt. Doch es kommt noch besser. Im Endeffekt stehen wir hier sogar schon im Schlafzimmer, so André. Das ist unser erstes Mal im eigenen Schlafzimmer, nimmt die Brünette die Bemerkung mit Humor. Von dem Tempo des Nordrhein-Westfalen lässt sie sich dabei nicht einschüchtern. Dass André vorhat, sich zu vergrößern und alles umzubauen, finde ich total schön. Und für mich ist es auch absolut nicht abwegig, mir vorzustellen, dass ich vielleicht mit André da oben wohnen werde. André fällt mit der Tür ins Haus. Kinderzimmer schon eingeplant. Aus den 100 Quadratmetern des Dachbodens möchte André drei Räume machen. Einer ist schon mal weg für das Schlafzimmer. Bei der Raumgestaltung hakt Julia genau nach. Hätten wir vielleicht ein Büro. Und mit dem anderen Raum. Hast du da schon Pläne? Na, ich sag mal. Ich bin jetzt in nem guten Alter, erwidert André grinsend. Und ich möchte irgendwann eine Familie gründen. Und dafür wäre der Raum angedacht. Während sich Julia kichernd in Schweigen hüllt, redet sie im RTL-Interview bezüglich Kinderplanung Klartext. Ich selber hab da schon auch den Kinderwunsch. Das muss nicht jetzt sein, da es doch schön wäre, mit seinem Partner erstmal noch Zeit zu zweit zu verbringen. Aber zwei Kinder wären auf jeden Fall schon meine Wunschvorstellung. Das wäre schon schön, wenn das irgendwann mal so sein könnte, ja. Vielleicht muss André dann doch noch ein weiteres Zimmer in den Grundriss einplanen.